Hallo, heute ist Montag, der 10. Januar 2022. Und der Schnee, der am Freitag runtergekommen ist, musste leider ein bisschen leiden und ist am Wochenende weggetaut. Wir haben jetzt auf den mittleren Höhen, also zwischen 300 und 500 Metern, noch etwa 5 bis 10 Zentimeter Schnee liegen. Oberhalb von 500 bis 700 Metern hat es nicht getaut und da liegt noch stellenweise Schnee in Höhe von 30 Zentimetern. Wir befinden uns jetzt auf Prümscheid, etwas oberhalb von Salm auf 685 Metern. Und wie ihr seht, liegt hier schon mehr Schnee. Und zwar noch gut 25 Zentimeter. Heute ist immer noch Montag, der 10. Januar 2022. Was hast du denn da gemacht? So. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020